... im dünnen Hochzeit des Reichs, zwischen Mann und Frau, ein freier Dialog mit der Welt des Malers, ist eine Frau, und hier ist eine andere Welt. Ich bin nur auf dem Weg, der Fizipaska erforscht den Frauen, aber auch auf andere Weise, auch bei Ihnen. In meinem Fall sehe ich den Frauen als Ausgangspunkt zu einer durchführenden christischen Reise. Wir kommen zum Fetzal noch gleich, der da drüben und ...